Hey, ich bin's nochmal, dein Nils. Der Erik und ich, wir haben jetzt beschlossen, bei jedem Video, was wir hochladen, von Bands und Musikern, sagen wir noch kurz was dazu. Also, wo ihr herkommt, was ihr für Musik macht und wo man euch halt finden kann. Einfach nochmal einen kleinen kurzen Kommentar, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und da möchte ich jetzt auch gleich anfangen. Und zwar habe ich jetzt ein Video von dem Jens Kramer bekommen. Er kommt aus Niedersachsen, aus der Region Helmstedt. Und er spielt Deutschrock und Indie. Er singt selbst und produziert seine Videos auch selbst. Also, ich füge das jetzt hier noch rein, hinten dran. Schaut es euch an. Ich finde es echt cool und ja, ich verlinke ihn. Schaut einfach rein. Gewissheit ist kein Irrtum, kein böser, fieser Traum. Das Leben meint es schlecht mit dir, drum sollst du keinem trauen. Acht auf falsche Freunde, das kenne ich sehr gut. Wenn die Wahrheit plötzlich zu schlägt, weißt du nichts wird wieder gut.